Die Bundesregierung führt jetzt die sogenannte Aktienrente ein, wobei der Begriff ein bisschen missverständlich ist, denn das, was man vielleicht auch im Wahlkampf oder vor der Wahl unter Aktienrente verstanden hat, ist es definitiv nicht. Aber trotz aller Kritik ist es ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Aktuell vielleicht nicht zum idealen Zeitpunkt, hätte man mal früher machen sollen. Und ich hätte mir mehr davon erhofft. Ganz kurz möchte ich in diesem Video eingehen, was jetzt aktuell da passiert und was vielleicht meine Kritik wäre oder was wir eigentlich brauchen für die Förderung von der privaten Altersvorsorge. Denn das ist ein Megathema, was von den Medien und Politik gerne ignoriert wird, weil wir da auf einer tickenden Zeitbombe sitzen und das Geld, was wir eigentlich dafür hätten gebrauchen können in den letzten 10, 15 Jahren mit allen Händen ausgegeben haben in Förderung für Dinge wie Bürgergeld. Aber was ist jetzt die Aktienrente? Per se, ganz einfach gesagt, der deutsche Staat nimmt Schulden auf und investiert das in Aktien. Und ich bin ja wirklich ein kompletter Verfechter von Aktien, aber das würde ich euch privat eigentlich nie empfehlen. Denn auch wenn die erwartbare Rendite von Aktien mit 7, 8 Prozent höher ist, wird es Jahre geben, wo ihr Verluste macht. Und wenn ihr dann auch 2, 3 Prozent Zinsen zahlt als Privatanleger, vielleicht sogar mehr, dann ist diese theoretische Differenz zwischen einer Aktienrendite von 7 Prozent und einer Kreditrate von 3 Prozent wären dann 4 Prozent dann negativ und dann kann man da nicht so ruhig schlafen. Und eigentlich das Aktuelle wollen sie machen, dass man sagt, man nimmt pro Jahr 12 Milliarden Schulden auf, zahlt dafür dann, sagen wir, 3 Prozent und versucht dann 7, 8 Prozent Rendite zu erzielen. Jetzt wollen wir sagen, die Differenz sind da 4 Prozent bei 12 Milliarden. Das ist halt nicht viel, auch wenn es ein kleiner Schritt in die richtige Richtung ist. Und das soll dann, sag ich mal, in den 30er Jahren die Rente stützen, dass da irgendwie 200 Milliarden zusammenkommen. Ja, es kann helfen, aber es ist a, nicht genug, um das Rentenproblem in Deutschland zu lösen und b, geht es ja bei der privaten Altersvorsorge eigentlich darum, dass du und ich selber sparen und investieren, damit wir privat vorsorgen können, damit wir unabhängig sind vom Staat. Und das passiert hier gar nicht. Das bedient sich eigentlich, muss man sagen, der Staat als ein Hedgefonds. Das wäre sehr clever gewesen, als der deutsche Staat Negativzinsen noch zahlen musste. Der eine oder andere wird sich noch erinnern, vor drei Jahren hat der deutsche Staat Geld bekommen, wenn er Schulden aufgenommen hat. Da wäre es natürlich schon sehr clever gewesen, das einfach mehr zu machen und das dann in Aktien zu stecken oder zumindest diese Zinsen länger einzulocken. Aber der damalige Finanzminister Olaf Scholz hat eigentlich nur kurzfristig verschuldet, hat da ein paar Basispunkte gespart und das kostet uns jetzt aber Milliarden, aber so wird man anscheinend auch Kanzler. Was wären jetzt bessere Modelle? Ja, das Erste, ein sogenanntes deutsches 401k oder auch in Schweden so ein System, das ich ein Konto habe, bei einer privaten Bank oder wegen mir auch bei der KVW, wo ich keine Kapitalertragssteuern zahle, aber dieses Geld auch nicht abheben kann. Müsst ihr einfach so vorstellen, ihr habt dann einfach nochmal einen weiteren Online-Broker, wo ihr alles kaufen könnt. Vielleicht gibt es auch irgendwie eine Vorauswahl von verschiedenen ETS-Fonds oder Aktien, aber ich würde es eigentlich komplett flexibel lassen und ihr zahlt darauf keine Steuern und könnt so privat vorsorgen. Kann man auch ein Maximum machen, dass man nicht mehr als 2000 Euro im Monat einzahlen darf und dann ab dem Alter von 65, 67 kann man dieses Geld steuerfrei herausholen oder auch nur monatlich. Und dann hätte man einfach eine wichtige zweite Säule, wenn das große Problem in Deutschland ist, dass unser Rentensystem nicht kapitalbasiert ist, sondern das, was eingezahlt wird, geht direkt an die Rentner raus. Und selbst obwohl das schon sehr, sehr viel ist, nicht nur das, was ihr auf eurer Gehaltsabrechnung seht, sondern der Arbeitgeber zahlt das auch nochmal, muss der Staat es jetzt schon mit Abermilliarden subventionieren und das wird halt auch noch weiter zunehmen. Deswegen, wenn man das so ein bisschen zusammenrechnet, wird es einfach sehr, sehr schwierig. Das aktuell sogar niedrige Rentenniveau. Die Südländer, die Abermilliarden von der EU über uns auch bekommen, haben ein heures Rentenniveau als bei uns und das wird trotzdem schwierig, das zu halten oder die Leute müssen länger arbeiten. Das zweite wäre, dass man es einfach ein bisschen steuerlich auch attraktiver macht, dass Leute privat vorsorgen. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, wenn man privat vorsorgt, braucht man bei Renteneintrittshalter eigentlich schon eine halbe Million, wenn man jetzt nicht viel ins staatliche System eingezahlt hat. Und der Kapitalfreibetrag von 1.000 Euro ist halt eigentlich ein Witz. Denn wenn wir mal 2% Inflation annehmen, was vielleicht eher auch konservativ ist, bei 500.000 Euro schon mal, muss ich 10.000 Euro eigentlich verdienen, nur damit das Geld gleich viel wert ist. Aber darauf zahle ich schon wieder Steuern. Also der Staat nimmt da auch wieder was mit. Also das sollte man mal mindestens verzehnfachen, den Kapitalfreibetrag. Dann wird es, glaube ich, auch noch mal für mehr Leute attraktiver zu investieren, wenn dann nicht Geld immer wieder abgezwackt wird. Und das Dritte, meines Wissens auch unter dem damaligen Finanzminister Scholz eingeführt, die Vorabsteuerpauschale. Ist so was typisches Deutsches. Also ich komme ja wirklich aus der Branche, habe einen Fonds, ich muss es mir dreimal durchlesen, bis ich es irgendwie kapiert habe. Es ist einfach unlogisch. Es ist auch kein hohes Steueraufkommen. Es ist nervig. Und es ist sehr, sehr bürokratisch. Und ich glaube, ich bin nicht ganz blöd. Und wenn ich es jetzt nicht bei einmal durchlesen, irgendwie logisch kapiere, würde ich einfach sagen, es ist zu komplex. Und das sollte man einfach streichen. Weil wenn Leute in einen ETF, in einen Fonds oder sowas investieren und nicht verkaufen, warum sollen sie darauf eine Steuer zahlen? Lustigerweise, wenn es nicht passiert, dieser Thesaurierungseffekt, haben beide mehr, wenn man nach 20 Jahren verkauft. Weil dann wird die Steuer fällig. Und dann kriegt der Staat mehr, aber privat man auch. Also das ist wieder was, was irgendwie doppelt dumm ist. Von den Anreizen ist es dumm, von den Bürokratie ist es dumm. Und vom Einkommen ist es wahrscheinlich auch dumm, weil beide Seiten weniger bekommen. Aber der seht hier einfach, es ist einfach eine Antikompetenz und auch Anreizsystemen im Politikbetrieb für die private Vorsorge. Das vierte, da stelle ich mich auch gegen die Finanzbranche. Ich würde dieses ganze Rüro, Priester etc. im Gegenzug dafür auch abschaffen. Auch ein Beispiel. Also wenn ich es nicht nach irgendwie einer halben Stunde durchlesen, super logisch kapiere, es ist zu komplex. Und es wurde damals, glaube ich, auch von der Finanzbranche mitgeschrieben, damit die teure Verträge verkaufen können und Provisionen einstreichen. Man hat wenig Flexibilität, wenn man dann irgendwie, glaube ich, im Alter ins Ausland oder so gehen will, dann ist das wieder weg. Man kann es an seine Enkeln oder Kinder nicht übertragen. Also da ist einfach viel besser. Man investiert selber in Aktien. Das kann Einzelaktien sein, das kann ETF sein, das kann Produkte wie mein günstiger Aktienfonds sein oder Wikifolios. Das muss jeder selber entscheiden. Und da gibt es inzwischen auch genug Ratschläge. Es ist nicht so komplex und das braucht man nicht. Und um das Rentenproblem zu lösen, glaube ich, A, die Leute müssen wahrscheinlich ein bisschen länger arbeiten, als das Rentensystem eingeführt worden ist unter Bismarck, weil das Renteneintrittsalter 70 Jahre und die Lebenserwartung, glaube ich, 67 Jahre hat man da ein bisschen gesenkt. Aber wenn wir alle irgendwie 100 werden, dann ist es halt auch unrealistisch, dass man mit 65 aufhört oder 67 aufhört zu arbeiten. Beziehungsweise kommt natürlich auch ein bisschen auf die Arbeit drauf an. Wenn ich irgendwie auf dem Bau bin, dann ist es was anderes, als wenn ich im Büro sitze. Viele Leute in großen Firmen gehen dann auch früh in Rente irgendwie. Und dann, das ist natürlich schon krass, wenn dann die Gesellschaft das noch 30 Jahre irgendwie finanziert. Oder man muss halt dann das Anreiz so setzen, dass man, wenn man weiter arbeitet, einfach wenig Steuern zahlt. Dafür kriegt man dann auch in der Zeit keine Rente. Und das ist eigentlich ein doppelter Gewinn, weil die Arbeit steht der Volkswirtschaft weiterhin zur Verfügung. Für die Menschen ist es auch besser, weil Arbeit ist ja für viele Leute auch ein Lebenssinn, dass man zumindest ein bisschen auch was machen kann. Und das Rentensystem wird entlastet. Das waren dann so ein bisschen meine Gedanken zur Aktienrente. Per se ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, macht per se auch irgendwo Sinn. Aber wie so oft, es ist zu wenig. Es ist auch wieder zu staatsnah. Und die Gefahr besteht natürlich, ähnlich wie ihr es vielleicht auch selber kennen würdet, wenn dann zwei schwache Jahre kommen, dann wird das wieder abgeschafft und eingestampft, weil es hieß, oh, wir haben ja Schulden aufgenommen, jetzt haben wir an der Börse irgendwie verloren. Das taugt ja alles nichts. Und die Lösung ist, glaube ich, halt einfach eine selbstverantwortliche, private Altersvorsorge. Das kann ich jedem empfehlen, dass man nicht abhängig vom Staat ist. Denn diesem Versprechen, die Rente ist sicher, würde ich in der Generation nicht vertrauen. Es gibt leider eine Generation, die doppelt zahlen muss. Und das ist meine Generation und jünger. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein größeres politisches Thema die nächsten Jahre. Was ist eure Meinung dazu? Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn dir das Video gefallen hat, gerne liken und dem Kanal beitreten. Ciao und bis zum nächsten Mal.